Hallo und herzlich willkommen! Ich begrüße dich zu diesem neuen Video und dieses Mal muss ich sagen, ja, wieder super spannend, ich sag's ja fast immer, aber also das hat mich jetzt wirklich richtig tief berührt und zwar geht es um das neue Buch von Dr. Heinrich Kusch, der ja die Unterwelt und Höhlensysteme erforscht hat, was leider allerdings gerade nicht erhältlich ist und ja, wenn man sich den Inhalt anschaut, dann merkt man, der ist also so brisant und auch so interessant, ja, dass man sich das näher anschauen sollte. Zum Glück gibt es einen Vortrag dazu auf YouTube und ein Interview auf CropFM und ja, beides lasse ich in dieses Video mit einfließen und zum Ende gehen wir dann nochmal ein auf Himmelsereignisse im 16. Jahrhundert, die aus der oder laut Aussage von Dr. Heinrich Kusch dazu geführt haben, dass halt eben diese Verbindung zur Unterwelt und, kleiner Spoiler, auch die Kommunikation mit den im Untergrund lebenden Zivilisationen gekappt wurde und ja, jeder, der den Dr. Heinrich Kusch kennt, der weiß, dass er wirklich sehr zurückhaltend ist und nie irgendwie spekuliert oder irgendwas, sondern er bezieht sich eben auf Dokumente und darauf fußt dieses Video. Ich habe dir alles in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du dir gerne auch die Interviews anschauen. Super sehenswert, aber es bedeutet halt eben auch was für uns, für unsere jetzige Zeit, für unser Verständnis der jetzigen Zeit, weil, auch auf meine letzten Videos, vielen, vielen Dank für die Resonanz über die Unterwelten, aber auch über diese ruinistische Malerei von Piranesi, haben halt viele geantwortet, sinngemäß mit, was ist denn, wenn diese Bilder einen Kataklysmus zeigen, was ist denn, wenn Angriffe von oben eventuell stattfinden, dann ist es natürlich schlau, sich unter der Erde sozusagen einen Schutz zu suchen. Der Dr. Heinrich Kusch spricht zum Beispiel auch Eiszeiten an, also was ganz Normales, sage ich jetzt mal, aber eben auch andere Ereignisse, die dazu führen, dass die Menschen regelmäßig unter der Erde Schutz suchen mussten und deswegen halt auch diese riesigen unterirdischen Anlagen schon in der Vergangenheit angelegt haben. Also zum Beispiel in der Türkei, Kappadokien gibt es ja die größten unterirdischen Städte, aber die sind ja weltweit zu finden und immer war die Frage nach dem, warum. Also ich versuche in diesem Video eben auf all diese Dinge nochmal einzugehen. Und auch, also ich zitiere hier den Dr. Heinrich Kusch, da baut sich etwas auf, es kommt etwas auf uns zu. Aus seiner Sicht werden wir eben wieder auf ein mögliches Ereignis vorbereitet, was ja auch dann eben wieder unsere Geschichte verändern kann. Mir geht es nicht darum, hier irgendwie, weiß ich, Angst zu machen oder so, aber auf meinem Community-Treffen war das ja eben auch Thema. Und ich glaube, jeder sollte sich individuell vorbereiten, aber eben auch im Vertrauen sein, dass individuell jeder seinen individuellen Weg, jetzt habe ich es aber oft gesagt, dort finden wird. Also dass er halt da weiß, es geht weiter, aber es kann halt eben sein, dass ja durchaus sich große Veränderungen, ich würde jetzt sagen im positiven Sinne, aber ja allgemein anbahnen. Ja, gehen wir mal weiter. Es gab in der Geschichte, laut Dr. Heinrich Kusch, schon mehrere Resets, also mehrere Kataklysmen, weltweite Ereignisse und halt also bis zu 20 Stück und aus seiner Sicht haben unter der Erde Zivilisationen, also nicht nur Menschen, sondern auch andere, und darauf gehen wir gleich ein, kontinuierlich weiter existiert. Und das ist jetzt zum Beispiel von tartaria.info, auch dort, also wird die Meinung von alternativen Forschern zusammengefasst, dass die zum Schluss gekommen sind, dass es halt eben, also zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine Katastrophe auf der Erde gab, also was halt, ich sage jetzt mal, unter dem Begriff Schlammflut zusammengefasst wird, aber halt eben auch ein global stattfindender Krieg. Und auch hier, ich zitiere das mal, die durch einen Angriff von außen aus dem Weltraum verursacht wurde und die vorherige Zivilisation auslöschte und Wüsten hinterließ. Diese wurde in der Geschichte als verschiedene Kriege, Aufstände und Revolutionen des 19. Jahrhunderts dargestellt, die in Wirklichkeit der Widerstand der Bewohner des Planeten gegen die Invasoren waren. Sie wurde auch als eine Zeit der Entdeckung neuer Länder, deren Kolonisierung und der Versklavung der indigenen Völker dargestellt. Der Ideologe dieses Bildes, der Begründer der Wissenschaft und, also der Wissenschaft der Geografie, war seltsamerweise der Science-Fiction-Autor Jules Verne. Daher ist es sinnvoll, die Fantastikliteratur des 19. und 20. Jahrhunderts als real und die historischen Werke als Fiktion zu lesen. Das ist jetzt erstmal eine starke Aussage, aber was sagt der Dr. Heinrich Kusch dazu? Er sagt nämlich, dass sie viele Informationen über diese Zugänge zu diesen unterirdischen Anlagen eben halt durch Sagen, durch bestimmte Märchen, durch Erzählungen aus dem Volksmund, die weitergetragen wurden, halt eben übernommen haben und dann mit einem Bodenradar überprüft haben und dadurch halt eben in wenigen Jahren von drei bekannten unterirdischen Anlagen auf über 800 gekommen sind. Und auch heute sagen sie, zum Beispiel diese Zwölf-Apostel-Zeche in Kloster Neuburg, die hat eine Fläche von 40.000 Quadratmetern und da haben sie jetzt gerade mal drei Prozent freigelegt. Da ist noch richtig viel zu tun. Und also zum Beispiel, es gibt ja auch Bücher darüber, Wolfgang Hohlbein, Unterland, wo sich eine verstoßene Gruppe unter die Erde zurückzieht und dort weiterentwickelt. Also es wird immer wieder verarbeitet, ist es da. Und ja, man, aus meiner Sicht, sollte sich diesen Gedanken halt auch öffnen. Und ja, ich werde halt versuchen, dir hier noch ganz, ganz viele Hinweise mitzugeben. Ja, leider, das Buch dazu von Dr. Heinrich Kusch ist gerade nicht erhältlich. Der Vertrag, der Verlag schreibt dazu, dass sich beim Buch einige fragwürdige oder falsche Angaben gefunden haben, die nicht den Kern der Forschungsarbeit betreffen. Aber sie sagen halt eben auch, ja, das Buch gibt es erst wieder, wenn das alles geklärt ist, was alles Mögliche bedeuten kann. Und wenn man, wie gesagt, wir gehen jetzt gleich rein, sich anschaut, dass es da zum Beispiel um die Handelsbeziehung der Kirche und des Adels mit unterirdischen Zivilisationen geht und anderen Dingen, dann merkt man schon so, ja, wer weiß, was da jemandem aufgestoßen ist. Aber es ist ja trotzdem da. Also das Buch gibt es ja und auch die Interviews gibt es. Also das Thema ist sozusagen im Feld. Und ja, es ist nur eine Frage der Zeit, wann es dann halt eben auch die Runde machen wird. Also kommen wir mal zu diesen Inhalten, damit sich halt auch dieser Bezug noch mehr erschließt. Der Heinrich Kusch sagt, das Wichtigste zu unserer Geschichte findet man unter der Erde. Zitat, die Höhlen sind die Museen der Menschheitsgeschichte, weil dort anscheinend, also bewusst, ja, Artefakte hinterlegt sind, so dass man sie halt eben findet, dass sie aber luftdicht abgeschlossen sind, die halt eben, ja, letztendlich auch Teile, Großteile unserer alten Geschichte zeigen. Auf eine Art und Weise. Er hat zum Beispiel Bestimmungen gemacht. Und also die reichen halt zurück bis maximal 60.000 Jahre und die sind halt eben auch ausgereizt. Also er behauptet, dass, ja, mittlerweile diese Funde, die er macht, auf eine Zivilisation hindeuten, die, ja, also hier, also auf unserer Erde vor 60.000 Jahren schon gelebt hat und eben auch unterirdisch, weil eben diese Funde in Höhlen gemacht werden. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter und anhand dieser, ja, Funde sozusagen, anhand des Aussehens geht er weiter und sagt, es ist eben nicht menschlich. Super, super interessant. Er hat natürlich in Österreich vornehmlich geforscht, gibt aber halt eben auch an, dass es das weltweit gibt, aber da hat das halt eben verifiziert, weil da sein Forschungskreis ist sozusagen. Ja, und er sagt, auch unterirdische Zivilisationen, die gibt es noch heute. Er meint, in der Steiermark und Kärnten sind es vier unterirdische Völker, die teilweise eben über Hochtechnologie verfügen und auch logisch abgeleitet. Natürlich, wenn sie unter der Erde schon so lange überleben und auch überleben wollen, dann, ja, brauchen sie natürlich auch eine gewisse technische Hochkultur. Ja, und sind uns anscheinend technisch aktuell meilenweit überlegen, so eben laut seiner Aussage. Und er sagt, aus ihrer Sicht sind wir technisch immer noch in der Steinzeit. Interessant wird es dann, wenn man sich die Artefakte anschaut. Und da sagt er auch, diese Wesen haben Zoomorphe oder Anthropomorphe Körper. Also, das sind, ja, letztendlich Mischwesen sozusagen, die diese Skulpturen abbilden und die halt auch in den Dokumenten beschrieben werden. Also, dass sie andere Füße haben als wir, die aber eben auch überall gleich dargestellt sind. Das ist jetzt nicht eine Quelle und, ja, ich sage jetzt mal einer, der sich das ausgedacht hat, sondern das ist in Dokumenten festgeschrieben, das ist in den Funden halt eben. Und da kann man halt eben sich schon sehr genau anschauen, okay, was sind da die Ähnlichkeiten? Und die sind, ja, sehr gravierend. Er sagt natürlich auch, na klar, wenn es Eiszeiten gab, dann sind unterirdische Systeme die einzige Chance zu überleben. Das ist natürlich klar, aber viel interessanter wird es noch, wenn er spricht über die Handelsbeziehungen der Kirche und des Adels, halt eben im 15. und 16. Jahrhundert, die dann halt eben auch anscheinend abrupt beendet wurden. beziehungsweise er sagt halt auch, dass die Inquisition eben jene Menschen damals verfolgt hat, die dieses Wissen halt noch, ja, weitergetragen haben. Also durchaus eine der dunkelsten Kapitel auch der Menschheit. Und, ja, wenn man sich mal anschaut, was da passiert ist, was da auch an Wissen abhandengekommen ist, das ist natürlich wirklich enorm. Ja, aber er sagt halt, damals gab es diese Handelsbeziehung noch mit den unterirdisch lebenden Völkern und unterirdisch heißt jetzt nicht sowas wie in Kappadokien oder so, wo es ja auch schon, ich meine, 15 Etagen, 17 Etagen in die Erde geht, hat mir auch einer geschrieben, sondern halt eben richtig tief unterirdisch lebende Völker. Also teilweise, er spricht von der 12 Apostelzeche, die ist ja schon tief, drei Etagen. Und da gibt es halt einen Gang, der also mehrere, also auf jeden Fall mindestens 60 Meter in die Tiefe geht. Weiter kommen sie halt mit ihrem Geobodenradar nicht. Und anscheinend gibt es solche Verbindungen, die sehr, sehr tief nach unten gehen. Super interessant. Ja, was wurde gehandelt? Darüber findet man nicht viel, also zum Beispiel eine Maschine zum Bergbau. Aber ansonsten sind die Angaben leider sehr ungenau. Und anscheinend gab es dort halt auch eine interessante Mechanik, also Wegen, um diese Strecken nach unten zurückzulegen. Also auch das ist halt eben in den Dokumenten belegt. Ja, bis dann halt eben teilweise Sakralbauten auch auf diese Eingänge direkt draufgebaut wurden. Und er zeigt durchaus einige Bilder von Kirchen, die dann halt auf irgendeinem Berg draufstehen, wo er sagt, ja, warum sollten die Menschen dann kilometerweit dort auf den Berg zu der Kirche gehen, um dort zu beten und der Gottesdienst abzuhalten, wenn die auch direkt hätte im Dorf stehen können. Aber es ist natürlich auch ein interessanter Punkt, sich das mal anzuschauen. Und jetzt geht es eigentlich um den interessantesten Teil und wahrscheinlich auch der abwegigste Teil für viele Menschen, die davon noch nie gehört haben. Was ist denn diese Funktion dieser unterirdischen Anlagen? Sie wurden früher als Erdstall, also im Mittelalter bezeichnet. Davor nannte man diese Anlagen allerdings Schratteln. Und er sagt zum Beispiel, also diese Schratteln, aber auch Stollen haben eine Funktion, die halt eben als Empfangsräume dienen, beziehungsweise eben auch Sendeanlagen sein können. Und jetzt kommt der große Schritt. Er gibt halt eben an und beschreibt auch sehr detailliert, wie halt eben diese Sende- und Empfangsräume verwendet werden, um sich halt eben zwischen diesen Räumen bewegen zu können. Aber halt nicht physisch, dass man Schritt für Schritt geht, sondern halt auf eine Frequenztechnologie. Daraufhin werden halt auch diese Räume aktiviert sozusagen, von einem Ort sich schnell zum anderen Ort bewegen kann. Also er sagt, diese unterirdischen Anlagen haben eine energetische Bedeutung. Und es geht hier um Gesteinsfrequenzen. Also hier kann sich Materie auflösen und zu einem anderen Ort überleiten, was aber eben nur bei unveränderten Erdstellen oder unterirdischen Anlagen gemacht werden kann. Er sagt, man findet dort oft Quarz, der eine energetische Funktion hat. Und also wichtig ist vor allem die Raumform, die Gesamtanlage. Und halt eben alles ist aufeinander abgestimmt, um dort ein Energiefeld aufbauen zu können durch Frequenzen, also durch einen gewissen Ton. Manchmal sind eben auch Berichte darüber, dass dort jemand gesungen hat und daraufhin eben dieses Energiefeld aufgebaut und aktiviert hat. Und ja, er sagt halt, dass sich dadurch Energiefelder bilden können, die die Materie auflösen können. Und diese Energiefelder werden eben durch Töne aktiviert, durch wiederholtes Singen des richtigen Tones, aber allgemein Schwingungen. Also er redet nicht von Instrumenten, aber alles, was halt genau diesen richtigen Ton trifft, baut dann halt eben dieses Feld auf, was dafür für diese Funktion notwendig ist. Aber er sagt halt eben auch, es sind viele dieser Anlagen zugeschüttet worden, auch verändert worden, zerstört worden, sodass halt eben, ja, man jetzt nicht einfach irgendwie losgraben kann, sondern im Gegenteil, gerade im 16. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir zu dem Schluss, sind halt viele dieser Zugänge, ja, zugeschüttet worden, auch sehr ausgeklügelt, sodass sie halt eben nicht mehr benutzt werden können. Und das ist jetzt mal ein Bild aus seinem Vortrag, geheime Unterwelt, also zu dem aktuellen nicht erhältlichen Buch. Und er sagt in diesem Vortrag, es geht da um den Wurmakt von 1655, um halt eben ein Volk, was unterirdisch lebt. Sie beziehen ihren Namen von einem kühnen Kampfe, also sagenhaft gestützt durch die später, darauf kühn genannte Familie der Otegraven gegen einen Drachen, auch Wurm genannt. Der Halbreptil, Halbmensch, zunächst guten Willens, jedoch durch die Infamerie, den seinen gegenüber zu einem wütenden Monster geworden sei. Die Wurm haben das Transportwesen durch Generationen hindurch betrieben und sich um die technischen Details, die für den Handel mit den Uni, dem subterranen Volk, bis zu den denkwürdigen Ereignissen um 1510, 1520, 1561 am 14. Grasmond gleich wie 1566 den 27. Heumond mit letzteren beendigt gekümmert. Also es geht hier um ein unterirdisch lebendes Volk und halt auch noch um ein, zwei andere Dinge. Und wir gucken uns jetzt mal genau diese einzelnen Punkte an, die hier angesprochen werden, weil eben genau das dazu geführt hat, dass die Zugänge, also über die unterirdischen Anlagen zu noch tiefer liegenden Anlagen und dort lebenden Völkern eben beendet und dass die Zugänge zugeschüttet wurden. Also, was geschah 1520? Das ist hier auch aus seinem Vortrag noch. Da gab es ja erstmal ganz neutral Himmelserscheinungen über Wien und er zeigt halt hier ein Bild, was ich dir auch gleich noch zeige, aus dem Augsburger Wunderzeichenbuch von einem, also einmal ein Sonnenhalo und dazu ein stabförmiges Objekt, was drei Tage über Wien gestanden hat. Danach gab es noch drei goldene Kugeln, die auch über mehrere Tage am Himmel standen. Und das wurde halt sehr gut dokumentiert. Also insofern, dass es halt viele Menschen gesehen haben, dass es halt auch ja dann gezeichnet wurde. Damals gab es ja noch keine Fotografie. Und diese Geschichte halt eben ja sehr detailgetreu halt auch überliefert wurde. Dieses Bild heißt Sonnenhalo über Wien und ist aus dem Augsburger Wunderzeichenbuch. Das ist aus dem Jahr 1550 und enthält gerade vieler solcher Illustrationen. Beschreibt auch weitere Himmelsschlachten. Kann ich dir auch gleich noch zwei zeigen. Nach hier ein Hinweis auch noch. Es gibt ein Video, das heißt Mahabharata, prähistorische Kriege. Da geht es halt eben auch darum, dass halt eben Himmelsschlachten stattfinden, die halt schon sehr weit zurückliegen. Also da gab es noch nichts mit, weiß ich, Zeppelin oder Flugzeug oder irgendwas. Und anscheinend gab es diese Kultur, diese Technologie einfach schon. Und wir finden sie auch an super vielen antiken Städten wieder. Ja, und ist natürlich wissenschaftlich immer noch nicht anerkannt. Aber mittlerweile gibt es so viele Hinweise darauf, dass man da ruhig mal einen weiteren Blick drauf werfen kann. Dieses Augsburger Wunderzeichenbuch zeigt also noch viele weitere Anomalien auf, die es damals gegeben hat. Und, und das sagt auch der Dr. Heinrich Kusch, die Leute haben, weil dort halt auch viele Meteoriten und alles Mögliche, alles wurde halt eben beobachtet, die Leute haben diesen Himmel halt eben sehr genau angeschaut, weil sie davon auch abhängig waren. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie, ja, mal kurz hochgucken und, weiß ich nicht, Meteoriten mit einem stehenden, stabförmigen Objekt, was drei Tage über Wien ist, verwechseln könnten. Sondern sie haben eben sehr genau hingeschaut. Ja, sie haben eben davon gelebt. Und jetzt nochmal zwei Bilder aus dem Jahre, ja, 1533 aus diesem Buch. Und zwar einmal Drachen über Böhmen und auch hier Drachen über Hillpolstein. Was halt eben, ja, genau anschließend an dieses Dokument ist, was ich dir gerade schon vorgelesen habe. Und man halt eben, ja, auch mal den Schritt vielleicht weitergehen kann. Und dann, ja, was, also, oder, ja, was findet man an Indizien, dass es sowas halt eben gegeben hat. Und, ja, was sind es halt für Möglichkeiten, die man im Untergrund finden kann. Und jetzt noch zu diesen anderen beiden Himmelsspektakeln. Und die sind sogar dargestellt in zwei Flugblättern. Und zwar einmal das Nürnberger Flugblatt von 1561 und dem Basler Flugblatt von 1566. Also das sind dann genau die Ereignisse, die in diesem Wurmakt sozusagen festgeschrieben sind, die dazu geführt haben, dass die Zugänge zur Unterwelt versiegelt wurden. 1561, da, ja, das ist ein Holzschnitt von Hans Glaser, also ein Chronist von damals. Und der zeigt im Grunde, also hunderte Kugeln und auch große Flugobjekte, stabförmig, kreuzförmig, welche tausende Bewohner aus Nürnberg halt über mehrere Tage beobachten konnten. Und manche Objekte sind eben anscheinend auch abgestürzt. Und man sieht dann halt eben auch, die sind am Boden, die rauchen. Und somit schließen sich halt eben, also zum Beispiel fortschrittliche Technologien, wie wir sie heute haben, Hologramme oder Skalarwellen als Technologie aus. Und manchmal wurde auch die Frage gestellt, vielleicht waren es Wettererscheinungen oder Sonneneruptionen. Ja, also auch das fällt dann halt eben weg, weil wenn was auf dem Boden liegt und raucht, dann scheint es halt abgestürzt zu sein. Ja, der Auslöser für diese Schlacht, laut Dr. Heinrich Kusch, war, dass es Aussagen darüber gibt, dass in einer unterirdischen Anlage unter der Stadt Nürnberg ein großes altes Gerät verrückt wurde. Und am nächsten Tag hat dann halt eben die Schlacht über der Stadt stattgefunden, im Interview bei CropFM bei zwei Stunden, 20 Minuten ungefähr, falls du es dir anhörst und da noch weitere Informationen zu brauchst. Dann haben wir das Basler Flugblatt, wie gesagt, von 1566. Und das beschreibt auch wieder mehrere Ereignisse im Sommer 1566. Und zwar zunächst ungewöhnliche Sonnenauf- und Untergänge. Schließlich berichtet es von einer Himmelserscheinung vor der aufgebenden Sonne, bei der zahlreiche rote und schwarze Kugeln am Himmel miteinander gekämpft haben sollen. Und wie gesagt, das waren die ausschlaggebenden Ereignisse, an denen sich die Kirche laut Dr. Heinrich Kusch aufgehängt hat, um die Zugänge zur Unterwelt halt eben verschließen zu müssen. Und es gab damals noch weitere Sichtungen, auch über China verschiedenster Flugkörper. Und da gibt es halt Abschriften drüber, dass diese Zugänge zur Unterwelt halt eben daraufhin verschlossen wurden. Also wo dann halt Burgen standen oder Sakralbauten oder halt eben die Zwölf-Apostel-Zeche, die dann halt eben über drei Etagen über mehrere Jahre zugeschüttet wurde. Also das sind tausende Tonnen, die da halt an Abraum erstmal reingeschafft werden mussten. Ja, nur um halt eben diesen Zugang zur Unterwelt halt eben zu verschließen. Es ist einfach der helle Wahnsinn. Ja, und also Dr. Heinrich Kusch sagt halt auch, 1580, so rum, wurde die Zwölf-Apostel-Zeche wie auch die anderen Zugänge schnell fast panikartig zugeschüttet. Und auch die energetische Funktion der Erdstelle wurde dann halt eben ausgestellt, deaktiviert durch ja einfach Veränderungen in diesen Bauwerken. Also der Boden wurde tiefer gelegt, Steine wurden herausgeschlagen. Alles, was diese Frequenz, die dieser Raum erzeugen kann, in eine Richtung verändert, dass sie halt eben nicht mehr diesen Effekt hat, den man halt vorher nutzen konnte. Ja, und es geht noch weiter in diesem Interview halt einfach um diese, ja, wie er sagt, außerirdischen Artefakte, nichtmenschlichen Artefakte, bei deren Datierung ja bei 60.000 Jahren Schluss ist, die aber eben halt da sind, ja, und er sagt halt, es war eine Fremdkultur, von der wir nur wissen, dass sie nicht von dieser Welt waren. Sehr, sehr interessant. Und ich glaube, also auch wenn dieses Thema jetzt vielleicht nicht so mit den Freunden oder in den Abendnachrichten diskutiert werden kann, ist es durchaus etwas, was für uns aus meiner Sicht extrem wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen für das, auch aus meiner Sicht, was sich hier halt eben gerade zusammenbaut sozusagen. Ich weiß auch nicht, was es ist und ich glaube auch im positiven Sinne immer an eine Veränderung, aber ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, seinen Geist für bestimmte Dinge zu öffnen und nicht irgendwas, sondern das hier ist ja fundiert. Also das sind ja Funde und das ist ja auch ein Wissenschaftler, der sich da also seit Jahren mit beschäftigt. Und also ich kenne ja die Arbeit von Dr. Heinrich Kusch, der also viele Jahrzehnte überhaupt nicht darüber gesprochen hat und einfach anhand vieler Dokumente jetzt mehr und mehr sowas ausspricht, was halt eben, naja, da ist und was anscheinend auch ein Großteil unserer bisherigen Geschichte ist. Und ja, was uns wahrscheinlich auch, also fehlt als Puzzleteil, eins der Puzzleteile, um zu verstehen, erstens, was ist hier schon passiert und zweitens, wie bereiten wir uns halt eben vor sozusagen auf das Kommende, weil wir sehen nur das, was wir sehen können und was wir nicht kennen, das können wir eben immer nicht mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir also in unsere eigene Geschichtsforschung mit einbeziehen sollten. Damit verabschiede ich mich für dieses Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an alle Kommentare und alle Zusendungen, die mich eben auch weiterbringen und mich bei meiner Entwicklung unterstützen. Danke an alle, die mich unterstützen an dieser Stelle und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Kai Brenner. Dein Kai Brenner.